Willkommen zurück bei Call of Duty 4. Es geht weiter. Wir sind unterwegs um Alasad zu töten. Heißt Alasad? Ach keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es jetzt mal weiter. Oh, volles Geschmarr da. Geil. Bitte. Geil. Scheiße. Also lass mich mal runter. Kommt. Und los geht's. Ab in Baselkrieg. Druck 2 mit mir zum Zielgebäude. Bewegung. Oh, hier wird schon ein Stacheldraht. Da ist das Zielgebäude. Tür auf der linken Seite aufbrechen. Formieren. Das ist das Zielgebäude. Jetzt schon. Ich dachte, da geht es ja schon richtig ab hier. Alasad heißt er genau. Ich höre ihn schon schreien. Ähm, hallo? Nein. Lade und zünfe. Gehen rein, gehen rein. Lauf los. Dekker. Jackson, geh vor. Yes. Oh ah. Boah. Fuck. Was ist das, du Nixer? Mama. Aua. Boah, ist vom Wegen. Wo? Wo rein? Da. Ich glaube, ich habe die falsche Tür gewählt. Genau, wir finden hier noch eine rein. Toll, die trifft mich jedes Mal selber. Schon wieder. Stirb. Was ist das? Oh, da tauschen wir doch gern. Hey, ich bin nur ein bisschen Munition haben. Wir müssen alle Personen überfragen und Asad identifizieren. Hier ist er nicht Zahl. Kein Zeichen von Alasad hier, sir. Hauptquartier, hier Restlock. Ziel wurde gesichert, aber kein Alasad. Over. Oh. Oh. Achtung, ich habe eben erfahren, dass Alasad einen halben Kilometer östlich von hier aus einer Fernsehstation sendet. Wir gehen zu Fuß hin und erledigen das Paket dort. Bewegung. Also gut. Ich habe noch mal Zeit, das ist der Action hier. Zurückwerfen. Oh, aber gerade so. Oh, ich glaube, das next wird gleich. Das hat mich jetzt das Leben gekostet. Ja, ja. Kein Stress, kein Stress. Das ist alles. Das macht das nicht schlecht. Ich bin gespannt. Oh, schade, das ist schon leer geschrieben. jetzt reicht es aber hier voll die nervigen ok alle wo sind alle tot ja wohl oh 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 ja komm zeig mal das küpfchen da ist aber nochmal einer da hab ihn jawoll zusammen schweine ei 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 aah ah gefährliche Sachen haben wir so weit Eine Granate? Jaaa! Nein! Scheisse, doch nicht. Na, wartet. Was? Ziege? Wo ist die Ziege? Na, dieser Ziege oder Ziege? Ich glaube, ich habe mich da... Ich schmeiß dich zurück. Na doch nicht. Rechts aber hier. Guck ich da hoch? Ja, guck ich. Eiei, da geht's ja nicht hoch. Jetzt wollte ich sie nicht. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Oh! Nehmen wir mal eine AK-47, ja? Die Drucker noch, Fnepper. Drucker noch. Ne. Obwohl. Schau mal, wie geht's. Okay, weiter geht's. Weiter geht's, Jungs, weiter geht's. Kameraden auf 6 Uhr. Kontakt, feindliche Reise. Boah, die schießen von allen Seiten auf mich und... Oh mein Gott. Die haben sogar von hinten auf mich geschossen. Wo war der? Oh mein Gott. Sie haben sich gerade angeschossen. Au. Hey, da kommen ja fast nicht gekuckt. Rotstrecken. Ne, das ist ja nicht normal. Komm, exklusiv hier. Hupi! Da ist er. Was? Jetzt geht's ab. Alle tot? Oh, das sieht mir eher wie so ein Hinterhalt hier aus. Das könnte gefährlich werden. Komm. Ah, das sind unsere Leute. Okay. Dann wird's wohin? Da geht's doch nicht weiter, oder? Nee. Gehen wir mal hier durch. Ah. Wir haben die TV-Station abgeschottet und umstellt, Sir. Gut, in Position zum Stürmen gehen. Also rein da. Los, Leute. Und los. Gehen rein, gehen rein. Los. Da ist niemand. Da ist jemand. Da ist jemand. Da ist jemand. Du. Ich hab vor allem eine Schrotflinte draußen. Die sind jetzt echt hilfreich. Scheiße. Ich bin der nur. Oh, stirbt, Mann. Da ist er, guck mal. Die sind jetzt weg. Alles satt. Dem wurde bestimmt mal eine Salatmarke. Irgendwie so. Alles satt. Salat. Alles satt. Oder ist gern sa- Oh, ne Schrotflinte. Jetzt kann's los gehen. Halt die Fresse, Mann. Jetzt wird's aber! Jetzt wird's aber! Jetzt wird's aber! Nein! Ich bin zu weit reingelaufen. Nicht mehr. Nein, nein, machen wir nicht mehr. Das war nicht gut. Okay, ich halte mich jetzt hier ein bisschen am Rand. Lass mich nicht gleich wieder hier fliegen. Hehehehe. Back here. Genau, wegen dem. Nochmal eine. Ah, ein Messer. Ja komm, komm. Busschen. 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 Ich krieg jetzt mal richtig ab, ey. Junge, Junge. Das ist doch nicht normal! Oh. Oh. Oh, brennt einer. Sag mal! Da sind hinter mir noch welche. Da sind hinter mir noch welche. Das gibt's doch nicht. Was sind denn die? Jetzt aber. Jetzt habe ich aber alle, oder? Sammeln! Krammeln! Nein, immer noch nicht. Jetzt habe ich alle. Krammeln! 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 Wie lang sie in die erste Etage? Okay. Okay, lassen wir mal schon mal falsch. Raum gesichert. Rauf! Al-Assad müsste im ersten Stock sein. Na, schauen wir mal, ob er da ist. Ja, aber... Wo denn? Hallo? Hallo? Ich weiß nicht. Wo ich... Geh mir doch alles zu. Ah! Ja, da kommen unsere Jungs! Huah! Huah! Genau, huah! Feier einstellen! Da kommen Verbündeten. Da kommen Verbündeten! Jan-Wizards? Kein Zeichen von Al-Assad, Sir! In Ordnung. Einfallen Marines. Ganz ruhig. Okay. Oh fuck. Schöhn hoch, groß! Nicht schon! Scheiße! Oh fuck! Schraubflinte raus, und jetzt gehts los! Machen wir das Loch auf! Ich glaube, er ist da drin, ich höre ihn! Und los! Haha, hast du wohl gedacht! Rung gesichert! Er ist nicht hier! Doch, da auf, ohne Tor! Das ist eine Schleife! Das ist eine Aufzeichnung! Ja, 1 zu 0 für die militärische Aufklärung! Na, scheiße! Verstanden! Okay! Ich habe immer... Fernsehstation gesichert! Kein Zeichen von aller Saat! Das war eine Aufzeichnung! Over! Ja! Ura! Bestanden, Kommand! Hehehe! Klammer Hip-Hop rein! Krass! Marines, sammeln! Wir haben einen neuen Auftrag! Ausrüstung packen und bereit machen zum Abzug! Los geht's! Yes! Ah, schade! Er war leider nicht da! Hm... Sowas blödes aber auch, ne? Mal schauen, ob wir ihn finden! Irgendwann werden wir ihn finden! Nach heutigen Kämpfen begannen die US Marines mit ihrem Vorstoß in die Stadt, in der sich Alas hat zum letzten Gefecht rüstet! Die Kämpfe in der Hauptstadt werden verbitterter! Flugabwehrgeschosse und brennende Gebäude erhellen die Nacht! Wart bestätigt! Widerhole Planfahrt Rad 52761 Niner! Over! Bravo 6! Verstanden! Over! Bravo 6! Da ist ein Airbrimps direkt voraus im Wasser! Rufzeichen Warpik! Lieutenant Vasquez! Ihre Einheit geht vor! Over! Verstanden! Bravo ist unterwegs! Warpik soll sich bereithalten! Sind unterwegs! Ende! Na schön! Sind auf dem Weg! Der Panzer steckt einen halben Kilometer südlich von hier fest! Los jetzt! So Leute! Dankeschön fürs Anschauen! Diesen Part werde ich hier mal beenden! Und ich hoffe wir sehen uns gleich im nächsten! Bis dahin! Ciao!